Hey, hallo Fans und Followers! Willkommen zu meinem neuen Vlog über die coolsten Spielsachen. Als erstes möchte ich euch das modische Must-Have der Saison zeigen. Ein Feuerwehrhelm, dann eine solid verbaute Fotokamera und die Box voll mit angesagten Instrumenten. Mit denen kannst auch du zu Hause die krassesten Tunes produzieren. Hashtag LoveMyJob. Schnügelin, Zeit für den Mittagsschlaf. Oh, das Mami kommt. Schnell abstellen. Woher hast du denn das alles? Eine Kamera? Neues Spielzeug? Ähm, das ist von der Zafi. Du hast ja noch gar keine Zähne verloren. Spielsachen sind ja ganz nice. Aber essentiell im Leben eines Influencers ist eine Zehweitecke. Dann kannst du gut fassen, siehst fresh aus. Und das gibt mehr Likes, mehr Follower und nur mehr Spielsachen. Und mit der Mami hast du auch keinen Stress. Auch von der Zafi? Yes. Zehweitecke gibt's in ganz vielen verschiedenen Farben. Und mit der Zafi? Und mit der Zafi? Ja. Und mit der Zafi?